. Falsches Kleid? Herzoginkate trägt bei BAFTA und traute X27 Semikolon ist kein Schwarz. Schittstumfe Herzoginkate, 36. Für die BAFTA Awards hat sich wieder mal das Woos WHO der internationalen Film Welt in London getroffen. Neben vielen Kino-Stars gab es dabei in diesem Jahr auch royale Unterstützung und seine Gaben sich die Ehre. . Doch leider fiel die sonst so elegante Adelige an diesem Abend eher negativ auf, sie widersetzte sich dem Dressschkude und trug als einzige kein Schwarz. Wie schon bei den Golden Globes wollten die Gäste der Preisverleihung ein Zeichen gegen sexuelle Belästigung setzen und geschlossen Schwarz tragen. . Aber auch dieses Mal gab es eine Frau, die da nicht mitmachen wollte. . Trug stattdessen ein bodenlanges grünes Kleid, das ihren gar nicht mehr so kleinen Barbie-Bauchtoll zur Geltung brachte. . Für die Netzgemeinde offenbar ein absolutes No-Go. . Bei Twitter wird die 36-Jährige für ihre Kleiderwahl regelrecht angefeindet. . Eine Usrin bezeichnet die schöne Brünette sogar als Schande und hochnäsig. . Dabei vergessen viele Nutzer offenbar, dass Katte sich als Mitglied der königlichen Familie an das Hofprotokoll halten muss. . Und das verbietet der baldigen Dreifachmama, politisch Stellung zu beziehen. . An der Kleiderfront hat die somit eigentlich alles richtig gemacht. . 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 Bis zum nächsten Mal.